Musik 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 Ja, im letzten Video in dem Weihnachtsspecial da, habe ich eine Verlosung gemacht und jetzt in dieser heutigen Folge der Himmelsvorschau, da möchte ich die Gewinner auslosen. Ich hatte eine Frage gestellt und zwar, wie lautet der Titel des allerersten Astro-Fotocast? Und ich hatte dazu gesagt, dass es nicht das allererste Video ist, was ich jemals auf YouTube hochgeladen habe. Es gibt eine ganz spezielle Folge, die heißt Astro-Fotocast Nummer 1 oder 1. Die heißt Darks, Flats und Bias. Und die allermeisten Leute haben das auch richtig gemacht. Es haben beinahe 100 Leute an dieser Verlosung mitgemacht. Und was es zu gewinnen gibt oder gab, das ist hier der Bildatlas der Sternhaufen und Nebel und der Bildatlas der Galaxien. So, und jetzt wird es spannend. Ich werde jetzt hier aus diesen ganzen Nosen, die ich hier in der Salatschüssel habe, den Gewinner ziehen. Und dazu ziehe ich mir natürlich auch eine Maske über und mache den Test. So, kann man das schön sehen. Ich fasse mal ganz tief unten rein, ziehe einen raus. Brille wieder an. Und das ist Marvin Ahrens. Marvin Ahrens, der hat den Bildatlas der Sternhaufen und Nebel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Marvin. Jetzt kommt natürlich auch noch der zweite Preis, der Bildatlas der Galaxie. Kuschel, kuschel. So. Brille wieder an. Marius Gollnig, Marius Gollnig, Marius, dir auch herzlichen Glückwunsch. Du hast den Bildatlas der Galaxien gewonnen. Eure Adressen habe ich hoffentlich in der E-Mail, ansonsten schreibe ich euch nochmal an. Und ja, viel Spaß damit. Kommt in den nächsten Tagen mit der Post. Jetzt geht es aber weiter mit der Himmelsvorschau. Hallo und herzlich willkommen zur Himmelsvorschau für Astrofotografen für den Monat Januar im Jahr 2024. Ich wünsche euch zu Anfang natürlich ein glückliches, frohes neues Jahr. Und bitte entschuldigt, meine Stimme klingt so ein bisschen angeschlagen. Ich bin etwas erkältet. Ihr hört vielleicht, es klingt ein bisschen nasal, ein bisschen heiser. Das müsst ihr entschuldigen. Das kann zu der Jahreszeit ja schon mal vorkommen. Wie immer zu Anfang ein Hinweis zu den Leserbildern. Wenn ihr inspiriert von dieser Himmelsvorschau Bilder habt, die ihr mir zuschicken möchtet. Die werden natürlich gezeigt am Ende der Himmelsvorschau immer. Dann könnt ihr das tun. Und zwar unter der E-Mail-Adresse frank.astrofotocolon.de Jetzt schauen wir uns mal den Himmel im Januar an. Neumond ist am 11. Januar. Und ich habe hier mal den Himmel für den 11. Januar um Mitternacht eingestellt. Wir sehen hier den hellen Sirius, der genau im Süden steht. Wir sehen den Orion. Wir sehen das ganze Winterfünfeck oder Wintersechseck, wie man mag. Und ich kann jetzt hier auch mal die Konstellation einzeichnen lassen und auch die Labels. Und wir sehen ja den großen Hund. Wir sehen das Sternbild Orion mit Betalgeuze und Riegel. Natürlich dem Orionnebel, der in der Dezembervorschau schon dran kam. Wir sehen das Sternbild Einhorn, Monozeros und den kleinen Hund. Wir sehen die Zwillinge. Und ganz oben im Zenit steht nach wie vor der Fuhrmann. Ja, dann kommen wir doch gleich zum allerersten Objekt. Und das befindet sich im Orion. Denn ich habe in der Dezembervorschau die Objekte im Orion noch nicht alle abgearbeitet. Und ein Klassiker, das ist natürlich hier um den Stern Alnitak herum, also den, ich sage es mal, linken Gürtelstern. Dort befindet sich der Pferdekopfnebel und der Flammennebel. Der Pferdekopfnebel trägt die Bezeichnung IC 434. Ja, ist ein total beliebtes Ziel unter Astrofotografen, unter Fortgeschrittenen, aber auch vor allen Dingen unter Anfängern, weil der so schön aussieht, dieser Pferdekopf vor dieser leuchtenden Gaswolke. Was Brennweiten angeht, könnt ihr im Sternbild Orion eigentlich alles machen. Ich habe mal eine Aufnahme mit 50 Millimetern gemacht. Das ist toll. Da sieht man das ganze Sternbild Orion mit all diesen tollen Objekten da drin. Und natürlich könnt ihr dann mit jeder Brennweite auch hier hantieren. Und der Pferdekopfnebel natürlich ist auch ein tolles Objekt für sehr große Teleskope. Wenn man also wirklich nur den Pferdekopf vor dieser glühenden Wand aus leuchtendem Gas da haben will, da kann man natürlich hier auch mit einem großen Teleskop mit ordentlich Brennweite rangehen. Aber ihr könnt hier eigentlich alles machen. Es wird immer ein tolles Bild bei diesem Objekt. Das garantiere ich euch. Wichtiger ist vielleicht die Filterung beim Pferdekopfnebel. Wir haben es hier mit einer H2-Region zu tun. Das heißt, wir sehen leuchtendes Wasserstoffgas. Grundsätzlich kann man ja eigentlich alle Objekte immer mit Farbkameras aufnehmen oder mit der LRGB-Technik. Das ist eigentlich immer möglich. Und die Frage ist aber immer, welchen Schmalbandfiltern kann man zusätzlich zum Beispiel verwenden. Und hier beim Pferdekopfnebel würde ich euch maximal ein H-Alpha-Filter empfehlen. Denn das ist kein Objekt für zum Beispiel eine Hubble-Palette oder ähnliches, weil da im Schwefel- und im Sauerstoffkanal wenig Signal kommen wird. Also mögliche Kombinationen wären LRGB plus H-Alpha zum Beispiel oder mit einer Farbkamera und dann mit einem Dual-Narrowband-Filter noch zusätzliche Aufnahmen machen. Es gibt außerdem noch den Flammennebel. Da kommt vielleicht ein bisschen mehr. Zum Beispiel würde da auch ein bisschen mehr im Sauerstoff kommen. Aber dann würde ich dieses Objekt auch wieder mit einem großen Teleskop separat aufnehmen. Und da gibt es auch noch diesen kleinen Reflektionsnebel unterhalb des Pferdekopfs. Und der reagiert aber überhaupt nicht auf Schmalbandfilter. Also die beste Wahl für diese Region ist eigentlich, wie gesagt, Farbkamera oder LRGB-Technik plus H-Alpha. Das nächste Objekt ist gar nicht weit vom Pferdekopfnebel. Und das ist diese Region hier um M78. Wenn man sich Wide-Field-Aufnahmen des Orient anguckt, dann sieht man eine ganz große bogenförmige H-Alpha-Region, rotleuchtendes H-Alpha-Gas. Das ist der sogenannte Barnards Loop. Und ja, da gibt es diese schöne Konstellation an einer Ecke sozusagen des Barnards Loops. Da gibt es den Reflektionsnebel und Dunkelnebel M78. Und das ist eigentlich hier auch für mich so ein bisschen das Hauptobjekt. Auch sehr, sehr, sehr beliebt. Sieht ganz toll aus mit diesen blau leuchtenden Reflektionsnebeln. Und dann kommt Barnards Loop. Und ja, quasi genau gegenüber gesetzt, gibt es dann noch einen Dunkelnebel, der ja in so Wasserstoffgas eingefasst ist. Und das ist der Boogeyman Nebula und der heißt LDN 1622. Und ihr könnt entweder, wie hier in dieser Aufnahme gezeigt, dieses ganze Feld aufnehmen. Das sieht total schön aus. Das ist so toll symmetrisch. Das ergibt immer einen tollen Bildeindruck. Oder ihr nehmt entweder M78 oder den Boogeyman Nebel separat auf. Auch hier seid ihr also dementsprechend flexibel, was zum Beispiel die Brennweiten angeht. Bei der Filterung muss man sich sehr genau überlegen, was man macht. M78 selber ist ein Reflektions- und Dunkelnebel. Da machen zum Beispiel Schmalbandfilter oder ergeben Schmalbandfilter überhaupt gar keinen Sinn. Hier also wirklich in dunklen, mondlosen Nächten unter dunklem Landhimmel lange belichten, damit dieses Objekt gut rauskommt. Für Barnards Loop und auch für den Boogeyman Nebel aber braucht man quasi, ja fast zwingend würde ich sagen, einen Schmalbandfilter, der H-Alpha-Licht separiert. Das heißt für Farbkameras, Dual Narrowband-Filter. Für Monokameras ein H-Alpha-Filter. O3 S2 könnt ihr hier komplett wieder vergessen. Wir gehen etwas aus dem Orion raus, hier in dieses Sternbild Einhorn und so ungefähr auf der Höhe von Betai-Greuze. Da befindet sich natürlich ein ganz tolles Objekt. Und für mich ist das ein perfektes Objekt, zum Beispiel auch für Astrofotografie-Anfänger. Und das ist der Rosettennebel NGC 2244. Der Rosettennebel heißt so, weil er aussieht wie eine Rose, wo man oben in den Blütenkelch reinschaut und in der Mitte befindet sich ein offener Sternhaufen. Das ist eigentlich auch dann der Namensgeber NGC 2244. Und der Rosettennebel, der ist relativ groß am Himmel. Das heißt, was die Brennweiten angeht, könnt ihr hier auch mit kleinem Gerät schon tolle Aufnahmen machen. Also zum Beispiel mit so einem 500 mm Apo oder mit einem kleinen Newton, der so 600, 650 mm Brennweite hat, kann man schon fantastische Aufnahmen machen. Der Rosettennebel ist auch relativ hell und steht relativ gut vorm Himmelshintergrund. Und wenn man da jetzt nicht zu starke Lichtverschmutzung hat, dann kann man da relativ schnell tolle Erfolge erzielen. Deswegen finde ich, ist das ein richtig gutes Anfängerobjekt. Ja, ist relativ leicht zu fotografieren. Ihr könnt selbstverständlich auch mit großen Teleskopen an den Rosettennebel rangehen. Es befinden sich in dem Rosettennebel ganz, ganz tolle kleine Details, so kleine Dunkelnebel, aber auch filamentartige Strukturen. Und da kann man wirklich tolle Sachen machen. Auch, ja, wirklich mit allen Teleskopen kann man dieses Objekt fotografieren. Was die Filterung angeht, ist es ebenso. Man ist hier total flexibel. Ihr könnt normale Farbaufnahmen machen, ohne jegliche Zusatzfilterung. Ihr könnt aber auch eine sogenannte Hubble-Palette machen. Und dieses Objekt ist zum Beispiel wirklich prädestiniert für eine Hubble-Palette. Also für eine Filterung mit einer Monokamera H-Alpha, O3-Filter und S2-Filter. Und auch da gibt es fantastische Aufnahmen oder fantastische Möglichkeiten, besser gesagt, hier etwas zu machen. Duo Narrowband-Filter ist natürlich auch ein prädestiniertes Objekt für den Duo Narrowband-Filter. Also hier geht, bei diesem Objekt geht wirklich alles. Und deswegen ist das natürlich auch ein ganz tolles und beliebtes Objekt für Astrofotografen. Nicht weit vom Rosettennebel, ziemlich genau nördlich davon, gibt es eine Region. Dort finden wir, ja, Dunkelnebel und einen ganz tollen, tropfenförmigen Reflexionsnebel. Eigentlich ist das nicht nur ein Reflexionsnebel, es sind eigentlich mehrere, vier an der Zahl zähle ich hier. Und dieses Objekt, das ist IC 2169 und die Zusatzbezeichnung oder der Trivialname, der ist Dreyas Nebula. Wie gesagt, ein Reflexionsnebel, Reflexionsnebel entstehen durch Streuung von Licht, also von Sternlicht an, ja, Staub und Gas, der dort irgendwie durch den Weltall saust oder rumfliegt oder rumliegt. Und das heißt, dass wir hier ja nicht mit irgendwelchen Schmalband-Filtern arbeiten können, die ja nur irgendwie lichtgranzspezifischer Wellenlängen darstellen. Und das heißt, wir müssen dieses Objekt wirklich bei sehr dunklem Himmel in mondlosen Nächten aufnehmen und ohne jegliche Filterung. Nur dann habt ihr bei diesem Objekt Erfolg. Und das ist ein relativ, für einen Reflexionsnebel ist es ein relativ heller Nebel, also zumindest dieser dicke blaue Tropfen, den wird man schon recht schnell ablichten können. Also auch mit geringen Belichtungszeiten, aber insgesamt würde ich sagen, ist das ein Objekt, wo man schon ordentlich Belichtungszeit investieren sollte. Und damit meine ich mal so mindestens fünf bis sechs Stunden, hängt natürlich auch immer von der Optik ab. Was die Brennweiten angeht, würde ich sagen, ist so der Sweet Spot ungefähr so eine Brennweite von 800 Millimeter. Da kann man dann wirklich irgendwie Format füllend beim APS-C-Chip zum Beispiel dieses Objekt ablichten. Es lohnt sich aber auch, mit geringeren Brennweiten das Ganze zu fotografieren, weil das ist kein isoliertes Objekt, sondern in dieser Gegend befinden sich ganz viele andere Objekte noch und Dunkelnebel und H-Alpha-Emission und zu einem Objekt kommen wir da auch gleich noch. Also hier könnt ihr auch sogar mit einem 200 Millimeter Teleobjektiv tolle Aufnahmen dieser kompletten Region machen. Dann habt ihr natürlich nicht so tolle Details wie mit einem größeren Teleskop. Und natürlich kann man auch mit großen Teleskopen sich einzelne Details in diesem ganzen Objekt raussuchen und die mal im Detail fotografieren. Auch das ergibt tolle Möglichkeiten. Wie gesagt, aber lasst sämtliche Filter einfach weg. Dann gehen wir mal weiter in den Norden, in den Zenit. Und dort gibt es im Sternbild Fuhrmann viele offene Sternhaufen. Und ein dieser oder zwei dieser offenen Sternhaufen habe ich euch im letzten Monat schon gezeigt. Einen möchte ich hier noch ergänzen. Hatte ich überlegt, ob ich den im letzten Monat mit dazu nehme. Habe dann entschlossen, ihn in diesem Monat zu packen. Und das ist Messier 37. Ein schöner und wirklich großer offener Sternhaufen im Sternbild Fuhrmann. Und das ist ein Objekt, das kann man mal relativ schnell natürlich machen. Da braucht man maximal zwei Stunden Belichtungszeit. Und dann hat man das Objekt fotografiert. Was die Brennweiten angeht, würde ich hier so mal ab 500 Millimeter aufwärts anfangen. Es ist immer so bei diesen offenen Sternhaufen, wenn man sich wirklich auf den Sternhaufen konzentriert, dann bringt natürlich Brennweite was. Weil dann ist das Objekt formatfüllend, wie hier in dieser Aufnahme, die ich euch hier auch zeige. Allerdings kann man auch mit kleinen Brennweiten tolle Gegenden machen. Denn diese offenen Sternhaufen, die stehen ja immer in der Milchstraße. Das bedeutet, dass man hier auch schöne Wide-Field-Aufnahmen machen kann. Zum Beispiel mit einem kleinen Apo mit irgendwas 400 Millimeter, 500 Millimeter, sowas in der Richtung. Oder mit einem kleinen Newton-Teleskop. Dann würde ich euch empfehlen, aber mit der Belichtungszeit nicht zu geizen. Dann vielleicht auch mal ein paar Stündchen draufzulegen. Denn dann sieht man in der Umgebung auch noch schwächere Sternkonstellationen oder die Milchstraße an sich als durchgehenden Teppich sozusagen. Und das macht dann mehr Eindruck. Also ich würde so sagen, je größer das Teleskop, desto geringer kann bei diesem Objekt die Belichtungszeit ausfallen. Je kleiner das Teleskop, desto länger würde ich jetzt persönlich belichten. Filter komplett weglassen. Sämtliche Filter verfälschen die Sternfarben. Und das ist bei offenen Sternhaufen nicht erwünscht. Und die Filter bringen auch gar nichts, weil sie keine Kontrasterhöhung bringen an Sternen. Nur an Gasnebeln würden zum Beispiel ein Dual Narrowband-Filter eine Kontrasterhöhung bringen. Deswegen sind Filter hier, ja, im wahrsten Sinne des Wortes völlig sinnlos. So, beim nächsten Objekt hätte ich vor ein paar Jahren noch gesagt, das ist ein absoluter Exot. Aber das habe ich hier oft schon gesagt. Das, was gestern noch Exoten waren, sind heute Standardobjekte, weil die Astrofotografie immer weiter voranschreitet. Die Möglichkeiten auch für Anfänger, ja, immer besser werden. Und das Objekt, von dem ich rede, ist ein riesengroßer Supernova-Überrest, der sich offiziell noch im Sternbild Stier befindet. Aber für meinen Geschmack irgendwie doch sehr nah am Sternbild Fuhrmann dran ist. Und das ist Siemeis 147. Und der Trivialname dafür ist Spaghetti-Nebel. Ja, weil er wie so ein Knäuel von Spaghetti aussieht. Und das ist ein Objekt, das ist eigentlich recht lichtschwach und keinesfalls ein leichtes Objekt. Ich würde das jetzt nicht unbedingt einem Anfänger empfehlen. Und es ist ein Paradeobjekt für Schmalbandfilter. Was hier ganz stark kommt, und das ist häufig bei Supernova-Resten so, ist H-Alpha, aber auch O3. Und das heißt, wenn ihr mit einer Farbkamera fotografiert, ist das ein Paradeobjekt für einen Duo-Narrowband-Filter. Ja, das kann man hier empfehlen. Und bei diesem Objekt würde ich euch beinahe empfehlen, ja, ausschließlich eigentlich mit Schmalbandfiltern zu fotografieren. Wenn ihr eine Monokamera habt, dann würde ich sagen H-Alpha und O3. S2 bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob da auch was kommen würde. Aber H-Alpha und O3 bei Supernova-Überresten ist auf jeden Fall immer gesetzt. Dann könnt ihr zusätzlich noch für die Sternenfarben RGB-Aufnahmen machen. Ich würde mich hier tatsächlich in viel Belichtungszeit konzentrieren in die Schmalbandfilterung rein. Das Objekt ist riesengroß. Also im Vergleich mal zu dem kompletten Sternbild Fuhrmann könnt ihr euch schon ausmalen, wie groß das ist. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel auch schon mit einem 200 mm Teleobjektiv tolle Aufnahmen machen. Beinahe prädestiniert sind dann diese Optiken um die 400, 500 mm Brennweite. Und wenn ihr dann ein größeres Teleskop habt, dann müsst ihr euch schon überlegen, welchen Teil eigentlich dieses Nebels ihr aufnehmt. Und die Aufnahme, die ich euch hier zeige, das ist ein Mosaik. Das wurde über mehrere Jahre sogar erstellt. Und obwohl das ein relativ kleines Teleskop ist, sage ich mal, musste hier schon ein Mosaik erstellt werden. Da könnt ihr euch mal überlegen, wie groß das Objekt ist. Was die Belichtungszeiten angeht, seid hier nicht knauserig. Das ist zwar ein riesengroßes Objekt, es spricht super auf Schmalbandfilterung an. Dennoch werdet ihr viel Rauschen im Bild drin haben. Deswegen würde ich mal so mindestens 10 Stunden Belichtungszeit ansetzen. Und wenn ihr ein Mosaik macht, dann würde ich sagen, diese 10 Stunden mindestens in ein Paneel des Mosaiks reinstecken. Das würde ich sagen, ist so die Minimalanforderung für dieses Objekt. Deswegen ist es eigentlich kein Anfängerobjekt zum Beispiel in diesem Sinne. Da es aber mittlerweile so häufig fotografiert wird, würde ich sagen, ist es schon ein regelrechter Klassiker. In dem Weihnachts-Special habe ich angedeutet, dass ich in der nächsten Himmelsvorschau, also jetzt im Januar, den Christmas Tree Cluster zeigen werde. Nun, jetzt habe ich mich entschlossen, ihn dann gleich auch zum Objekt des Monats zu machen. Den Christmas Tree Cluster findet ihr nördlich vom Rosettennebel. Ihr könnt also einfach auch die Linie von Bellatrix und Beta-Geuze im Orion, ja, Richtung Osten verlängern. Und dann, ich habe vorhin schon Dreyas Nebula gezeigt, diesen Reflexionsnebel. Gleich daneben finden wir den Christmas Tree Cluster. Der Christmas Tree Cluster, das ist eine sehr, sehr große Sternentstehungsregion im Sternbild Einhorn, also Monozeros. Es handelt sich um einen sehr großen Gaskomplex, der in seiner Gesamtheit noch über die Bildränder dieser Aufnahme hier deutlich hinausgeht. Mit den Katalogbezeichnungen bei solchen Gasnebeln ist es immer so eine Sache. Manchmal bezeichnet eine NGC-Nummer zum Beispiel den Sternhaufen in der Sternentstehungsregion. Ein Beispiel dafür habe ich eben schon genannt beim Rosettennebel oder zum Beispiel auch bei Messier 16. Manchmal ist aber auch der Nebel selber gemeint. In diesem Fall ist mit NGC 2264 tatsächlich beides gemeint, wobei in der Literatur nicht der gesamte Nebelkomplex gemeint ist, sondern der sogenannte Cone Nebula oder Konus Nebel. Apropos, früher habe ich immer gedacht, dass dieser Konus dem Ganzen den Namen Christmas Tree gegeben hat, denn für mich sah das aus wie ein Weihnachtsbaum mit einer dicken Kugel obendrauf. Aber der Weihnachtsbaum, das ist dieser offene Sternhaufen, der liegt hier bei dieser Aufnahme so auf der Seite und der Konus, der bildet dann quasi die Spitze des Baums in Form so einer umgekehrten Tüte. H2-Regionen, das habe ich hier schon häufig gesagt, haben immer bestimmte Zutaten, möchte ich mal sagen. Eine Molekülwolke, das war dann früher eine Dunkelwolke, in der junge heiße Sterne bereits gebildet sind. Diese Sterne sorgen dann mit ihrer UV-Strahlung zum einen dazu oder dafür, dass die Gase, das ist hier vornehmlich Wasserstoffgas, zum Leuchten angeregt werden. Daher auch eben der Name H2-Region. Da es sich immer um viele Sterne handelt, bildet sich somit ein offener Sternhaufen. Darum auch oft die Verwirrung oder die Gleichstellung dieser Katalognummern. Es ist eher wahrscheinlich, dass dieser Sternhaufen zuerst entdeckt wurde und der Nebel vermutlich viel später. Und wer hat ihn entdeckt? Komm, wir sagen es alle zusammen im Chor auf 3123 Wilhelm Herschel, wer auch sonst. Die Bezeichnung H2-Region lässt immer vermuten, dass wir hier ausschließlich Wasserstoffgas sehen, aber das ist nicht der Fall. Natürlich ist Wasserstoff hier der Hauptakteur, aber das Licht, was wir hier sehen, wird auch noch durch andere Prozesse gesteuert. Zum Beispiel dieser blaue Nebel, das ist ein Reflexionsnebel, also ist das Licht kein Eigenleuchten eines Gases, sondern Licht der jungen blauen Sterne, welches an Staubpartikeln gestreut wird. Blau wird aber oft pauschal mit O3-Strahlung in Verbindung gebracht, was nicht zwingend der Fall ist. Dazu ist O3-Licht keinesfalls so blau wie ein Reflexionsnebel. Das O3-Licht ist türkis. Ich gebe zu, es ist ein bisschen eine Obsession von mir, darauf herumzureiten, denn es tut mir immer so ein bisschen in der Seele weh, wenn Leute die Wahl ihrer Filter nicht sorgfältig überlegen. Also, das nehme ich vorweg, ich würde NGC 2264 nicht mit einem O3-Filter belichten, sondern mit einem breitbandigen, ganz normalen Blaufilter. Was man auch in allen Sternentstellungsgebieten immer wieder sehen kann, sind die Auswirkungen der Strahlung auf das übrig gebliebene Material der Molekülwolke. Hier, zum Beispiel beim Kohlenlosnebel, sehen wir das wunderbar. Dazu zeige ich euch eine Detailaufnahme des Hubble Space Telescope. Die Strahlung der Sternhaufensterne trifft hier auf dichtere Molekülwolken und wie bei einem Sandstrahlgerät wird diese Molekülwolke nun geformt und mit der Zeit regelrecht abgetragen. Dadurch bilden sich immer diese deutlichen Kanten, die im Englischen Rims genannt werden. Da, wo die Strahlung auf das Material trifft, entsteht zusätzlich Energie, die wiederum für ein Leuchten sorgen kann. Dann sprechen wir von einem Bright Rim, also einem hellen oder einer hellen Kante. Das kann man sehr gut zum Beispiel beim Pferdekopfnebel oder beim Elefantenrüsselnebel beobachten. Ein weiteres spannendes Feature dieser Region ist der Fuchsfellnebel. Diese quirlige Form muss durch dynamische Prozesse im Nebel entstanden sein. Es ist absolut faszinierend, so etwas in galaktischen Dimensionen beobachten zu können, finde ich zumindest. Nun ein bisschen was zur Fotografie. Die Filterung habe ich ja etwas vorweggenommen. NGC 2264 ist kein Paradeobjekt für eine Hubble-Palette. Zum Beispiel zu wenig O3 und zu viel Reflektionsnebelanteil. Also müsst ihr in RGB oder LRGB belichten, beziehungsweise wenn ihr eine Farbkamera habt, dann habt ihr ja gar keine andere Wahl. Da macht ihr ja immer RGB-Aufnahmen und ihr könnt allenfalls zusätzlich H-Alpha belichten, um dieses nachher in das LRGB oder RGB einzublenden. Die Region ist recht groß am Himmel. Ihr könnt also bereits mit recht kleinen Teleskopen eindrucksvolle Bilder machen. Habe ich vorhin ja auch schon gesagt bei Dreyas Nebula. Den könnt ihr gleich dann mit drauf nehmen. Und dabei habt ihr eben die Chance, die ganzen umliegenden Dunkelnebel und schwachen Haar-Alpha-Gebiete noch mit zu fotografieren. Und hier würde ich auch sagen, wie ich es vorhin beim Sternenhaufen gesagt habe, je geringer die Brennweite, je tiefer würde ich belichten, also je länger würde ich belichten und andersrum. Mit größeren Teleskopen könnt ihr dann natürlich einzelne Details ins Visier nehmen, wie etwa den Fuchsfellnebel als eigenständiges Objekt, den Reflektionsnebel oder eben den Konusnebel. So, für die Exoten, da bin ich irgendwie bei der Recherche hängen geblieben. Eigentlich an einem einzigen Objekt, beziehungsweise es ist ein Objekt, was in sich wiederum einige Objekte beinhaltet. Ja, und wovon rede ich? Das ist hier dieser riesengroße Nebel, der sich quasi in der Spitze des Orion befindet. Und dieser Nebel, der wird auch manchmal Lambda-Orionis-Nebel genannt, weil dieser Stern hier, das ist Lambda-Orion und ja, oder auch als Lambda-Orionis-Loop oder Bogen oder so bezeichnet. Und ja, man sieht dieses Objekt eigentlich ständig, wenn man eben so Whitefield-Aufnahmen vom Orion sieht. Da sieht man immer den Barnards-Loop und dann sieht man da oben diesen riesengroßen roten Nebel. Aber in diesem Nebel gibt es kleine Detailbilder noch drin. Übrigens, die Katalogbezeichnung für diesen großen Nebel da oben, das ist Sharpless 264. Das erste Objekt, was ich euch dann zeigen möchte, ist in diesem Nebel drin ein kleiner Dunkelnebel, der heißt Barnard 35. So, hier in Stellarium sehen wir das. Das ist also eher so Richtung Beta-I-Greuzer ein Objekt und das ist so eine kleine Verdichtung in diesem Nebel drin. Ich zeige euch hier mal eine Aufnahme. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist natürlich hier die Exoten-Ecke und das bedeutet, das ist alles andere als ein leichtes Objekt. Wenn ihr dieses Objekt selber, also unabhängig von diesem riesengroßen Sharpless 264, belichten wollt, dann braucht ihr hier ein großes Teleskop mit entsprechenden Brennweite richtig, richtig dunklen Himmel, richtig dunkle Nächte und richtig lange Belichtungszeiten. Dann würde ich sehr viel Belichtungszeit in LRGB-Filterung investieren für so einen Dunkelnebel, damit dieser plastisch rauskommt. Und natürlich, da es sich hier um einen riesengroßen H2-Nebel handelt und auch dieser Dunkelnebel so ein bisschen diese Bright Rims zeigt, also so eine Einfassung zeigt, ist es beinahe Pflicht hier oder würde ich auf jeden Fall versuchen, mit einem Schmalbandfilter und hier mit einem H-Alpha-Filter noch zusätzlich Aufnahmen zu gewinnen, die man dann zum Beispiel auch bei Halbmond mal gerne machen kann. Da geht es nur darum, das so ein bisschen anzufüttern, damit man diese Einfassung und diesen Kontrast dieses Dunkelnebels besser hinbekommt. Ja, es ist kein leichtes Objekt, ist was für absolute Astrofotografie-Profis und da braucht man auch wirklich ein paar klare Nächte mit extrem guten Bedingungen, wenn man hier erfolgreich was machen will. Wie gesagt, ihr könnt aber auch schon mit 200mm Objektiv oder 135mm Objektiv diesen ganzen riesigen Nebel aufnehmen und übrigens hier dieser Lambda Orionis Maisa heißt er auch. Das ist ein richtiger kleiner Sternhaufen. Den könnt ihr natürlich auch dann mal im Detail fotografieren. Das andere Objekt, das findet man schon häufiger, da findet man schon häufiger Aufnahmen. Das ist dann hier oben, ich sag mal, auf der, ja, was ist das, 2 Uhr Position in diesem riesigen Nebel. Da befindet sich so eine richtige Nebelkante und das Objekt heißt Cedarblatt 51. Und das ist so eine Mischung. Das ist ein Reflektionsnebel, das ist ein Dunkelnebel, das ist so ein Bright Rim, so eine Kante und hier gilt eigentlich genau das Gleiche. Also wenn ihr hier tolle Aufnahmen machen wollt, dann müsst ihr wieder mit einem großen Teleskop ran. Also ihr braucht einiges an Brennweite. Ich sag mal, mindestens so ein 8 Zoll Newton mit 800 Millimeter Brennweite besser, noch ein größeres Gerät, damit ihr hier wirklich detailvolle Aufnahmen machen kann. Und dann genau wie bei Barnard 35 würde ich mich sehr stark darauf konzentrieren, in sehr dunklen Nächten wirklich viel Belichtungszeit in LRGB zu sammeln und dann zusätzlich das Ganze mit H-Alpha-Aufnahmen anzufüttern. Die könnt ihr ja dann zum Beispiel in Nächten machen, wo der Mond dann schon wieder stört. Und dann könnt ihr diese Aufnahmen nachher zusammen verarbeiten und bekommt dann ein tolles Ergebnis. Sieht man, ja, nicht so häufig, aber von diesen drei Exoten, die ich euch heute zeige, ist das doch das am häufigsten fotografierte Objekt, sagt man das so. Weiß ich gerade nicht. So, und das letzte Objekt, das steht so ein bisschen abseits. Das ist aber beinahe auch das Schönste von den drei Objekten. Ja, ehrlich gesagt, sieht man den auch etwas häufiger mal fotografiert. Und diese Aufnahme, die ich euch hier mitgebracht habe, von Sharpless 263, so heißt das Ding übrigens, wird übrigens auch als Raspberry Nebel bezeichnet. Das ist eine Aufnahme, ja, die ist so ein bisschen außer Konkurrenz. Aber ich musste sie nehmen, weil sie unglaublich schön ist. Das ist natürlich unter besten Bedingungen in Namibia aufgenommen mit einem, ich möchte mal sagen, professionellen Teleskop. Also ein wirklich großer Spiegel und wie gesagt, idealste Bedingung, um dieses Objekt zu fotografieren. Aber ich bin mir sicher, man kann auch aus Europa heraus, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hier tolle Aufnahmen machen. ist ja so ein bisschen was, eine Mischung auch wieder aus Reflexionsnebel und H2-Region. Also auch hier, wie bei den anderen Objekten, würde ich sagen, ihr braucht tendenziell eher Brennweite, relativ großes Teleskop. Ich würde mal mindestens mit 800 mm Brennweite hier starten. Dann braucht ihr unter wirklich sehr guten Bedingungen, dunkler Landhimmel, lange Belichtungszeiten, mindestens mal so 10 Stunden in LRGB. Und dann könnt ihr zusätzlich für den Innenbereich noch H-Alpha-Aufnahmen machen. Da würde ich aber, würde ich mich jetzt nicht zu sehr darauf konzentrieren, weil man da keine Details in dem Sinne sehen wird, sondern da geht es nur darum, dieses Rot so ein bisschen noch anzufüttern, um einen schönen Farbkontrast zu den blauen Reflexionsnebeln zu bekommen. Ja, ich hoffe, diese Objekte waren spannend. Das war jetzt mal was anderes, weil es im Prinzip, ja, drei Objekte in einem großen Objekt drin sind. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Himmelsvorschau wieder oder bei einem meiner nächsten Videos. Jetzt kommen noch die Laserbilder. Und ich wünsche uns allen, dass das Wetter bald besser wird. Also bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020